Gut, weiter geht's. Ja, wir haben ja das letzte Part ja ho-oh gefangen. Und ich geh erstmal heilen. Das kann ich bei der Mutter hoffentlich machen. Aber ich nehm erstmal ein ganzes Geld, genau. Nur 55.000 gespart. Ich nehm mal... alles mit. So. Dann kauft die mir jetzt auch kein sinnloses Zeug mehr. Ja, jetzt kommen wir zur Pokémon-Liga. So wie ich das sehe. Ich muss erstmal Schutz kaufen. Ich muss erstmal Schutz kaufen. Sonst geh ich nirgendwo hin. Äh, wo krieg ich Schutz her? Nein. Das müsste ich eigentlich in Oliviana kriegen. An sich. Man weiß es nie. Ich geh trotzdem erstmal heilen. Ich möchte nur schon mal vorher sagen, ich werde ho-oh nicht nutzen. Gehört schließlich nicht zu meinen geplanten sechs Pokémon, die ich ja jetzt bereits fast alle habe. Ja, bis auf Judo King halt. Aber ich hoffe, das kriege ich von der Top 4 noch. Hatte schon wieder was geko... Hatte schon wieder was. Fokus-Guard. Fokus-Guard. Boah, Fokus-Sesh. Jawohl. Cool. Ist doch... Ist doch Fokus-Sesh, ne? Yep. Das Muskelband hab ich auch noch. Verstarkt-Frisische Attacken. Wäre was für Solid. Weil Solid nur Friesisch Attacken kann als Einziger von meinen allen. Na gut, dafür geben wir den Seitenschal weg. Passt schon. Okay, ich brauche Superschutz, wie gesagt. Ich brauche nur noch ein paar Beleber, glaube ich. Ja, stopp mal auf 30 auf. Und wie sieht ein Hyper-Highland aus? Ja, kauf mal auch mal auf 30 hoch. Okay. Tschüss. Und weg hier. Ich will jetzt in die Liga... Ich bin motiviert. So. Wir waren ja schon mal hier lang gesurft. Im Zuge der allgemeinen Erkundung. Nenn ich's mal. Darum kann ich mir das größtenteils sparen jetzt. Ich geh direkt in die Tojo-Fälle. Ja, hier brauchen wir das Kaskade. Scheiße. Aber ich will nicht aus meinem Team irgendwas weglassen. Okay, Impagator. Du musst leiden. Tut mir leid für dich, Impagator. Du musst jetzt Kaskade lernen. Und dafür geben wir... Na, Silberblick weg. So wichtig ist der nicht. Auch wenn hilfreich, aber... Naja. Ihr habt Kaskade. So, jetzt füllen wir hier rüber. Auf die andere Seite runter. Da kann man hoch. Atem. Mondstein. Da ist ne Höhle. Ein Radio. Okay. Ich weiß mal, wozu der Raum da ist, aber... Das ist jetzt unwichtig. Vielleicht mache ich das später noch mit diesem Event da. Trainer. Ja. Ja, auf Leerwanderreise. Je nachdem. Eventuell auch zu Pokémon-Liga. Warum eventuell? Auf jeden Fall zu Pokémon-Liga. Naja, mit Eiszahne ist das jetzt kein Problem hier. Dieser Knosp. Wenn ich raten dürfte, ist das letzte Visaflor. Ich glaube, Visaflor könnte es sogar aushalten. Ein Eiszahn. Außer es wird ein kritischer Treffer wie bei dieser Knosp. Ja, Visaflor. Fettes Vieh. Ja, Pels aus. Wie gesagt. Ha, aber eingefroren. Ha, ha. Tut mir aber leid für dich. Gut. Jetzt mal in das Haus da rein. Mit der Oma reden. Ja, bin ich. TRM 37 kriegen wir. Ja, Sandsturm glaube ich war das, ne? Ja. Naja. Lassen wir mal. Brauche ich nicht. Kannst du noch einen Schutz rein. Komm. So. Äh, hier ist nichts. Das ist aber ein Typ. Ja, noch ein paar Träner hier auf dem Weg, das ist schön. Magneton. Naja, gut. Keine Herausforderung. ML40 für Tubita. Gut. Oh wei. Fubar darf ran. Mit Flammenwurf. Dann dürfte es auch schnell Geschichte sein. Ja. War aber auch nicht anders zu erwarten. Und Morlord. Das ist ja eindeutig was für Venus wegen vielfach schwächiger Pflanze. Rasierblatt. Was? Wert ab. Ich hasse Wert ab. Was will bei Pokémon online auch dauernd, wenn ich Blizzard einsetzen will? Immer wert das Blizzard ab, der Gegner. Das stinkt voll. Falls es jemand denkt, ich spiele hauptsächlich Challenge Cup. Nur so. Und Overused und Neverused manchmal. Äh, nicht Everunder. Underused, nicht Neverused. Habe ich noch kein Team für. Nur falls jemand Fragen dazu hat. Aber ich habe auch keine große Ahnung davon. Nein. Ich bringe jetzt keinem Worldpool bei. Kann ich auch so keinem beibringen. Doch, Tubita. Ich bringe aber jetzt wirklich keinem Worldpool bei. Da komme ich später nochmal vorbei. Aber nicht jetzt. Das ist mir das Item oder der Trainer jetzt egal. Was? Was? Nur Voltilum? Das war aber einfach. Aber ich könnte Venus nach vorne packen. Als wenn da drüben nichts liegen würde. Da liegt wirklich nix. Hm, okay. Ist da unten irgendwas? Vielleicht besser gucken sollen. Nein, nochmal Worldpool. Ja, klasse. Wo bin ich hier gelandet? Das erinnert mich gar nicht an. Hm, keine Ahnung. Fatum-Knoten. Was ist das schon wieder? Ah, okay. Kehrt Anziehung oder wie? Sozusagen. Oh, das wäre schwer zu erraten, du. Na geil. Beide haben eine Schwäche gegeneinander. Starmie gegen Pflanze und Venus... Oh, schon wieder abgewehrt. Und Venus gegen Psycho. Boah, ist das eine Sau. Wechselt aus. Gibt's ja nicht. Oh, verklickt. Ah, ich hab ja nicht mehr Säure. Stimmt, ich hab ja Entsorter. Hab ich fast vergessen. Gut, aber auswechseln kann ja auch du. Oh, natürlich bin ich verwirrt. Bringt ja aber auch nichts. Girafarig. Ich lass draußen. Wollte man warum nicht, ne? Packt vorbei auch ganz gut so. Und Starmie, da kommt wieder Venus rein. Und ich hoffe, diesmal klappt der Angriff. Das viel kann ja nach wie vor nix. Ja, diesmal treff ich. Und besiegt. Mit Volltreffer sogar. Und der wird 40 für Venus. Gut. Das geht erstmal um Para-Heiler. Beziehungsweise Hyper-Heiler. Und der nächste kommt nach vorne. Das wird sein Solid. Da ist ein Trainer wieder. Okay. Nö, mir geht die Luft nicht aus, du. Ich kann noch lange. Fukano. Mit Bedrohung. Egal. Giftspitzen erstmal auslegen. Könnte weh tun. Genau die Hälfte. So, jetzt haben wir Toxinspitzen. Au, ich glaub, es hat überlebt das jetzt nicht. Scheiße. Ne. Hälteren denken sollen. Entschuldigung. Egal. Nocturne. Und Luftschnitt. Und Schreck zurück. Sehr gut. Und besiegt. Ein paar E.P. Nidorina. Ja, toll. Das ist ein Giftvieh. Das kann nicht vergiftet werden durch Giftspitzen. Wenn ich Pech hab, lösen die sich auf. Ja, sie lösen sich auf. Mann. Alle verarschen mich hier. Das ist doch scheiße. Wieso mach ich das denn an dem? Wenn's danach eh wieder aufgelöst wird. Und Gifthorn. Ja, klar. Mann. Sterndu. Ja, gut. Agrion, mach du mal. Ja, das ging schnell. Auch hier mit Volltreffer. Und Level 40. Gut. Telefonnummer kriegen wir noch dazu. Sparringspartner, meinetwegen. Angelo hat angerufen. Ich hab keine Ahnung, was er wollte. Das muss ich ja heilen. Das ist wichtiger als dieser Angelo. Nein, kein Topbeleber. Nur einen normalen. Und noch einen Supertrank. Davon hab ich ja noch ein paar. Park ich den Trainer noch? Ne, ich glaub nicht. Darum beende ich jetzt wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.